Was haben wir heute für eine Mission? Heute Mechanikern. Fahrradreifen! Gleit, nachholen. Gleit, gleit. Nur sechs, nur sechs, nur ein... Rott! Rottschuktheorie, jetzt mit der Mose! Von Halle und Masary. Schmutz in Diktam-Famik. Ein Gorn. Was kostet Motorrad D2, D6 wäre der... Wie ist das Thema? Ich verstehe es nicht. Du ziehst hier richtig rum an. Oh mein Gott, ist eng. Lassen wir. Na ja, sieht stabil aus. Dabei. Bruder! Ja, Tabletten. Diese Kugnir ist schon rausgefallen. Dieser Moment, wenn du sagst, warte kurz, da habe ich immer Angst. Damit auch Elefantengewicht aushält. Nein, du schreitst. Das Blatt, Zucker nachholen. Geht gut, Lass. Oh mein Gott, nein. Ich habe eine Idee. Aufpumpen damit größer. Wir schneiden hier und dann fixen. Nein, 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 nein. Guck. Was habe ich gesagt? Nein, guck mal unten. Wenn du pumpst, wird es größer und das Loch da unten noch mehr. Das bringt gar nichts. Hör mal auf, du jetzt. Nein, wir haben drei Bar, aber es passt schon. Wie oft denkst du, dass wir heute noch zu oben fahren? Hier mal. Schreibe diese Lime und ich weiß, es ist aus und ich weiß, es ist vorbei. Großen Felix und mich ruft, dener Lichterbohrn. Ganz Dorn, blöd. Nimm schon seit sieben Minuten auf. Denkst du, wird gut das Video? Hat die Pies blöd. Warum plackt der nicht? Ich hoffe, ich muss falsch, Bruder. Nein, ich will nicht. Ich suche es. Das passt schon, Bro. Wir passen. Vertrauen hier. Da ist der Fahrer. Zeig. Wir haben geschafft. Jetzt montieren. Wer hat Schutzblech überhaupt? Diese Kräuter haben, blöd. Oh mein Gott, nein. Wir müssen den Reifen noch in Laufrichtung reintun, ne? Da hast du noch Pfeil. Warte, vielleicht haben wir Glück. Ist du dumm? Oh mein Gott, guck, wir haben es genau in die falsche Richtung gedreht. Drive und Pfeil geht nach da. Aber wir drive noch nach da. Egal, blöd. Nein. Fährst du rückwärts. Du kannst den Reifen nicht umdrehen, weil hier ist links. Du musst den kompletten Reifen wieder auseinander machen. Gib ein in Google eine falsche Laufrichtung Fahrrad. Auf Google steht eh, dass man stirbt. Fahrrad ist doch egal, Digga. Der Kraftlaufwand wird unmerklich höher. Und das Profil läuft nicht so ab, wie der Hersteller sich das wünscht. Zuckerflex. Wir sind jetzt mit 15, alles gewechselt. Und wir stehen hier mit 22 Jahren und kriegen nicht mal hin, Fahrrad zu heben. Blöd, blöd, blöd. Ich gewann, gefickt. Nächster kommt. Und Frau kommt. Ich bin noch nicht ausgestiegen, zum Glück. Weil die Angst vor uns hat. Die Sicht. Zwei dominante Männer in Warmweste, Alter. Ich kriege doch alle bis in Polen, die das Fahrrad hat. Passt auf, könnt ihr euch noch daran erinnern, als er hier gesagt hat. Oh mein Gott, guck, wir haben es genau in die falsche Richtung gedreht. Das Problem ist, er hat nicht gecheckt, dass das Fahrrad auf dem Kopf steht. Und deswegen zeigt das Rad in die falsche Laufrichtung. Und er hier hat ihm einfach blind vertraut und hat das ganze Rad auseinandergebaut und falschrum wieder eingesetzt. Nachdem wir das gecheckt haben, bin ich ausgerastet, hab den Rest nicht mehr gefilmt. Und wir haben noch drei Stunden das Rad auseinandergebaut. Naja, jetzt fährt wenigstens das Fahrrad. So halbwegs. Also ich sag dir eine Sache, sag ich dir. Wenn in den nächsten Tagen irgendwas da drin steht von, Junge, 21-Jährige hat verunglückt ein Fahrrad und fahr ich nach dieses Video niemals hoch. Sorry zu ihm erzählen. Ja, wir wollten eigentlich dieses Video aufnehmen. Mal eine Woche später, dann hat er so einen Zeitungsartikel von mir. Weißt du, was du für ein Bild nimmst? Bei meinen Werten kommt das hier mit der Beste.